Ich erzähle euch von einer Überlegung, die ich mir neulich überlegt habe, die finde ich witzig. Da habe ich mir überlegt, dass Vögel sich wohl extrem viel zu sagen haben, ja also normale, wie heißen die, so Spatzen und sowas, aber halt immer nur zweimal am Tag und für 10 Minuten. Da müssen die alles besprechen. Also die wachen morgens auf, um 5 geht die Sonne auf und dann machen die so. Und alle machen mit, 10 Minuten lang und dann auf einmal hört einer auf. Und dann gehen die irgendwie Brotkrümel sammeln und sowas und dann ist es aus. Bis dann abends, so gegen 18 Uhr, wieder einer landet und so macht. Und dann machen wieder alle mit, 10 Minuten lang und dann gehen die pennen. Das ist meine Theorie über Vögel.